Danke dafür. So, eine Tonne Geld und darum geht es jetzt in der letzten Aufgabe, im letzten Auftrag. Ihr dürft euch jetzt bitte hinter diese vier Felder stellen, jeder hinter ein Feld. So, wir probieren das Spiel dann einmal aus, ein kleiner Test für euch. Wir spielen euch jetzt eine Tonfolge vor, hinhören, hinschauen, danach einmal nachspielen, dann habt ihr es verstanden. Hier ist mal eure Test-Tonfolge, bitte. Jetzt dürft ihr einmal vier Töne Warns nachspielen. Dann würdet ihr dieses Signal hören und dann würde etwas von der Tonne Geld euch schon gehören. Nochmal ganz offiziell, weil es die letzte Aufgabe ist, die Regel. Ihr werdet jetzt nacheinander vier verschiedene Licht-Tonfolgen hören. Ihr müsst jede Melodie nachspielen und ihr dürft euch keinen einzigen Fehler erlauben. Denn mit jedem Fehler verliert ihr ein Viertel der Tonne. Und ich werde jetzt zum ersten Mal verraten, wie viel Geld gleich der Stiftung zugutekommen könnte. Jeder Fehler kostet euch nämlich 20.000 Euro. Insgesamt sind dort 80.000 Euro drin. Alles verstanden? Wie lange, wie viele Töne gibt es? Immer vier. Die erste Aufgabe hat sechs Töne. Erste Aufgabe für 20.000 Euro. Gut hinschauen, gut hinhören. Bitte. Das war ja noch. Jetzt für euch zum Genießen, weil für die Stiftung gibt es tatsächlich die ersten 20.000 Euro aus dem Tresor. Das wollen wir auch haben. Das Kleingeld sammeln wir nachher auch alles zusammen. Nur um eine Idee zu geben, für Humor hilft heilen, spielen wir das ja. Und für etwa 20.000 Euro können zwei Clowns ein ganzes Jahr in eine Klinik wöchentliche Clowns-Visite machen. Also eine Klinik ist schon... Eine Klinik ist versorgt. Eine Klinik in Deutschland kriegt schon ein Lachen mehr. Wir drücken die Daumen, dass das nächste Krankenhaus gleich versorgt werden kann. Es sind jetzt acht Töne. Acht Töne ab jetzt. Acht Töne ab jetzt. Das waren schöne Töne, aber die Töne sind noch schöner. 20.000 Euro für die Stiftung. Macht sich schon ganz gut, ne? Fällt so nach und nach runter. 10 Töne. Konzentriert euch. 10 Töne ab jetzt. 10 Töne ab jetzt. Ich dachte, der war zu viel drauf. Richtig? Ebi, ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass du Markus fast vom Tableau gezogen hättest. Ja, fast. Ja? Ich wollte ein bisschen dafür sich beeilt. Timing. Gut. Also, Nummer 20. Konzentration. Okay. Wir machen jetzt nichts falsch. 60.000 Euro sind es für die Stiftung bisher. Ihr habt sechs Töne geschafft. Ihr habt acht Töne geschafft. Ihr habt zehn Töne geschafft. Und ihr schafft auch zwölf Töne. Hoffentlich. Noch mal 20.000, vielleicht. Zwölf Töne ab jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und noch einmal füllt sich unser Trupp. Kommt her. Sauber. Komm her. Ein Kuss von der Silava ist noch mehr wert als 80.000 Euro. 80.000. So. Da füllt sich unser Bottich noch 80.000 Euro für die Stiftung Humorhilfteilen. 80.000. Wenn wir erstmal nachrechnen, damit sind wie viele Krankenhäuser, wie viele Clowns bezahlt? Das sind, das Humorhilfteilen schickt zusammen mit dem Dachverband für Clowns in Krankenhäusern versuchen wir über die existierenden Vereine hinaus neue Projekte anzustoßen. Und mit dem Geld können wir acht neue Projekte für ein halbes Jahr finanzieren. Und wenn Sie mal auf Humorhilfteilen.de schauen und das noch ein bisschen unterstützen, dann ist das ganze Jahr finanziert. Gut. Gleich bekommt ihr natürlich noch... Könnt ihr erstmal sehen, wie schön es ist, wenn sich dann solch eine Tonne Geld in diese Schüssel ergießt. So sieht's aus. Die bekommt ihr natürlich. Und meine Damen und Herren, das war die Premiere von der Große Kuh. Alle anderen Teams, die mitgespielt haben. Hier sehen Sie nochmal. Ganz kurz. Ich fand, die beiden anderen Teams haben auch wunderbare Dinge, die sie unterstützen. Und deswegen geben wir 20 Prozent weg für die Mertesackerschöpfung und für die trauernden Kinder. Also 10 Prozent für Guido, 10 Prozent für Susanne. Die fairen Mitarbeiter und fairen Mitspieler. Wir teilen, so wie man ein Lachen auch teilen sollte. Und das war Reviere, der Große Kuh aus Köln. Ich bedanke mich bei Ihnen, wenn Sie Lust haben. Am nächsten Donnerstag geht ihr die Große Weltreise los an drei Aufeinanderfolgen in Donnerstagen. Das war's. Schönen Abend noch. Und hier kommt für euch eure Tonne Geld. Einmal reinspringen? Könnt ihr gerne, wie Donald sagt. Macht's gut. Tschüss. Applaus Applaus